Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Batman The Telltale Series. So, Episode 2 ist erschienen, Kinder von Arkham und die werden wir heute natürlich gemeinsam ausstarten. So, los geht's! A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Vicky? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Bye, Bat. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. It's the Wayne's. Well, the Wayne's are the biggest gangsters in Gotham. How many are they? What about you? What about you? How many of you are now? How many of you... You're not alive. I'm 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 not alive. You... you don't have to do this. Only you now, Master Bruce. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me, all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly two decades. I... I hoped it would never come. Forget the papers. Bruce, I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. You kept their secrets for them. I'm trying to help you understand. Then try harder! Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone, and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways, but... this was his undoing. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then, they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thud like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well-known. Too... too big. Yet, there it was. He got careless. Criminals always do. You've always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Ja, Leute. Genau so ist das jetzt. Echt krass. Die Familie ist diffamiert. Und... Ja, wir haben das dunkle Geheimnis erfahren. Ich bin übelst erstaunt. Ich hab keine Ahnung, ob das in den Comics auch so war. Wenn ich ehrlich bin. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich dachte wirklich, die wären gute Leute gewesen. Aber... Scheibenbar. Ich mein, Alfred hat's ja bestätigt. Also, ich würde ihn töten, aber... Also, ich würde ihn töten, aber... Just like any other Kriminal. But he's not just any Kriminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Der war doch offensichtlich nur ne... Nur ne Schachfigur. Irgendjemand hat Hill oder... Oder Falcone hat das doch in Auftrag gegeben, dass die Waynes gekillt werden. Anders kann ich's mir nicht vorstellen. Ich hab gesehen, da hinten ist ein Graffiti. Ich wollte mich jetzt nur nochmal hier in der Ecke umschauen. Also, wie gesagt, ich persönlich hätte ihn wohl getötet. Den Mörder meiner Familie. Aber... Wahrscheinlich nicht. Ich hätte ihn auch ins Gefängnis gebracht. Aber ich hätte ihm auf jeden Fall kräftigst, kräftigst eine verpasst. Ich mein, wir sprechen jetzt hier natürlich von der Prämisse, dass ich Batman bin. Und Leute, wisst ihr was? Ich bin Batman. Ah, nicht weiterzählen. Er war einfach nur... Er wollte uns zu retten. Er hat uns genommen... Er glaubt, er war Invincible. Er ist jungen, er getötet. Ja, Leute, das ist es halt, gell? Wenn man eine Familie hat und nicht das ärmste Würstchen auf der Welt ist, dann stellt man sich halt schützend vor die Familie und nicht hinter die Familie. Wie es so ein manch anderer machen würde. Ja, danke für den Tipp. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich dachte, du hättest vielleicht noch was Informatives. Außerdem bist du nicht mein Butler. Gib mir deinen gottverdammten Schirm. Du wolltest mich doch nicht nochmal enttäuschen. Gut, schauen wir uns das Kino noch an, Leute. Ja, den klick jetzt angenommen. Ich denke schon, oder? Ja. Ich denke, du hättest nicht. Ich verstehe mich weil es ist, wenn du auch nicht verheiratst. Wo ist die Geschichte? Was ist die Geschichte? Ja, das ist Kino. Wo ist die Geschichte? Tja, das ist die Frage. Was? Ja, ich würde es auf jeden Fall wissen. Nothin' personal, just business. They told me you had it coming. You... you don't have to do this. Promise! Don't buckle me. He's making a mistake. Bruce. 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 What? 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 Bruce, are you alright? It wasn't a mug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Wie überraschend, Leute. Falcone hat was damit zu tun. Ich hätte ja damit gar nicht gerechnet. Aber fängt auf jeden Fall wieder richtig geil an. Ich freue mich schon richtig richtig drauf. Ich finde das ist eine absolut geile Umsetzung für das Game. Der Comic-Stil passt einfach wie die Faust aufs Auge. und Familie Anzeichenできmyschrist. Ich bin nehm. Wie geht's mir weiter. Ich bin nehm. Wie geht's mir mehrs. Ich bin statute, dieu Unaihe- ese, dieu Freundschaft überlassen. Aber das könnte uns beide in die Wasser. Ich habe alle Strecke mit dem Lieutenant, das besser nicht zurückkehlt. Ich verstehe das, Arv, okay? Und es bedeutet viel für mich. Ich weiß, es macht es, Bruce. Es macht es nicht viel einfacher. Die letzte Mal, wenn wir Falcone mit Falcone haben, die Presse macht uns Geld. Ich verstehe das, was das ist. Ich verstehe, ich bin für blinde Unterstützung. Aber ich sollte zumindest wissen, was ich mich in. Ich bin nicht sicher, aber ich denke Falcone hat einen Angriff auf meine Eltern. Wait, was? Bruce, das ist... das ist schrecklich. Das ist deshalb, dass ich mit ihm spreche. Ich muss sicher wissen. Bruce, ich danke dir, dass du mich öffnest. Aber ich versuche es einfach zu halten. Ich habe ihn ein paar Informationen gegen Falcone gegeben. Gentlemen. Wir haben endlich geöffnet Falcone in seine Hände. Dank an die Informationen du mir gegeben hast, Bruce. Er wird niemals rausgekommen. Oh, sorry, Informationen? Was Informationen? Oh, ich wusste, dass du wusste. Ich warst zu kontaktieren, aber alles ist ein bisschen beschäftigt. Ich habe ihm ein paar Informationen gegen Falcone. Das ist eher wie ein Katalog von seinem gesamten Kriminalamt. Das ist ein Fall, dass Falcone weggebracht hat. Ist das eine Wahrheit? Das ist das Grund? Das ist das Grund, warum ich ja gesagt habe, zu diesen unorthodoxen Request. Das ist ein bisschen zu tun. Ich habe ihn von Falcone. Das ist das, was ich sagen. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir halten Talconi in der Kirche. Er ist glücklich, dass er nicht mehr wurde. Ich kann sagen, dass Batman ihn will, aber er hat ihn zurückgebracht. Er ist egal, dass er die richtige Sache macht. Wer ist hinter dem Maske, glaube ich, Gotham ist glücklich zu haben. Ja, gut zu wissen, dass er da nach der Stadt schaut. Okay, Talconi ist drin. Sag, was du sagst. Wir werden hier raus. Was? Bruce Wayne? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. You look like you tangled with the wrong guy. Sure, this is nothing. You should have seen me before I became boss. I'd show up all beat to hell. Your father would sew me back together. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, huh? The pop digging up a twenty year old killer. Two killings. And they were never forgotten. You and me. We're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to your dense party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. Convince me then. Tell me a story about our big happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me. We ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Forty years I keep my veins clean of any of that gunk. But you'll never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Cause you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? Do not push me, Falcone. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Just you like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha... She had the human touch. Think you got more of her in ya, tell the truth. Yeah. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was nine years old. But you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take them out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the... They're waiting for you in hell! Okay, that escalated quickly. So meine Freunde, wir machen jetzt hier an der Stelle aber einen kleinen Cut. Ich weiß, ich bin ein Sack. Flamed mich dafür durch. Macht aber nichts. Morgen gibt's den nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet euch einen Spaß. Bewertet das Video. Schreibt, leist die Kommentare und wie immer. Na, was kommt jetzt? Abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao!